Hallo zusammen, ich habe hier ein Netzgerät. Ein Netzgerät mit Vorrangschaltung für Kühlboxen und Kühlschränke. Meistens verwenden wir es für Kühlschränke. Und zwar ist das hier im Katalog drin. Der Katalog auf Seite 49 und das ist der neue Katalog 2021. Den gibt es noch gar nicht. Aber ihr könnt ihn, ich verlinke ihn euch unten, dann könnt ihr ihn runterladen. Da sind auch viele nützliche Tipps drin, Stromversorgung, Einbau und so weiter. Also ist lesenswert, nicht vor den Produkten her, sondern den anderen Informationen. Ja, für was brauche ich so ein Netzgerät? Also wir packen das Teil aus, das hat eine Betriebsanleitung drin, hat ein Stück DIN-Schiene drin und eben das Netzgerät und eine Verpackung, stellen wir auf die Seite. Wir haben hier drei Anschlüsse. E, also E wie Erde, N und L für den Input AC. Input 230 Volt und dann haben wir Output DC, Input DC, Output DC, Input Output DC. Für was brauchen wir so ein Netzgerät? Wir haben zum Beispiel einen 12-Volt-Kühlschrank auf einem Boot. Dieser Kühlschrank kann man auf zwei Arten betreiben, wenn ich im Hafen liege. Ich nehme ein Ladegerät, was ich die Batterie lade, Schwebelader und dann wird der Kühlschrank von der Batterie permanent über 12 Volt betrieben. Will ich das aber, wenn ich nicht auf dem Schiff bin, ich verlasse das Schiff, der Kühlschrank sollte aber weiterlaufen. Dann kann ich den Hauptschalter rausmachen auf dem Schiff. Dann würde ja in der ersten Situation der Kühlschrank nicht mehr funktionieren. Mit diesem Netzgerät hier, oder ihr kauft euch direkt eine von, mit dem 230 Volt, gibt es als Standardversion. Mit diesem Netzgerät, das kann ich in die Zuleitung schalten. Also die Zuleitung trennen, die von der Batterie auf den Kühlschrank geht und hier wieder anschließen. Das, was von der Batterie kommt, auf Input, Plus und Minus und Output gehe ich auf den Kühlschrank. Sobald ich 220 Volt ein Speise vom Boot oder vom Land her und dann schaltet hier ein Rölle, das trennt das 12 Volt von der Batterie weg. Und es wird nur noch über dieses Netzgerät geht der Strom in den Kühlschrank. Zieht mir der Nachbar den Stromstecker raus, weil er irgendwas macht, keine Ahnung. Oder wir haben eine Sicherung, die rausfliegt. Dann hat das Teil kein Strom mehr. Das schaltet um auf die Batterie. Wenn ihr jetzt aber nicht auf dem Boot seid und ihr habt den Hauptschalter draußen, hat der Kühlschrank keine Stromversorgung mehr. Bei der ersten Version passiert folgendes. Der Nachbar zieht den Stecker raus, das Ladegerät geht aus und der Kühlschrank läuft von mir aus noch 2, 3, 4 Tage weiter, je nach eurer Batterie. Und wenn ihr dann am Wochenende aufs Board kommt, habt ihr eine leere Batterie und einen warmen Kühlschrank. Und mit dieser Version habt ihr nur einen warmen Kühlschrank. Aber wenigstens ist dann die Batterie voll. Ja, das ist einfach eine automatische Steuerung für den Zweck, wenn wir nicht über Ladegerät und Batterie fahren möchten. Preislich sind wir bei 149 Euro Franken. Das Teil ist in der Regel ab Lager. Zur Montage gibt es so ein Stück Dien-Schiene dazu. Und wir haben hier hinten eine Dien-Schiene. Und das kann man ein bisschen mit Gewalt einhängen. Das heißt, ich kann das Teil hier an die Wand schrauben. Die ideale Montageversion ist, unten offen, oben offen, dass die warme Luft hier unten reinziehen kann. Hat hier Löcher. Und oben wieder raus, dass es dann so an die Wand montiert wird. Wichtiger ist auch dicke Kabel verwenden. Wir haben hier 10 Ampere. Das heißt, von der Batterie über das Netzgerät bis zum Kühlschrank. Diese Länge in Meter. Auch Kühlschrank, noch ein Verteiltableau, äh, von der Batterie, Verteiltableau auf Hauptschalter, Sicherungsverteiler, Unterverteiler bis zu dem Netzgerät, von dem Netzgerät bis zum Kühlschrank. Diese Leitungslänge, im Gesamten, die Länge in Meter, solltet ihr in Dicke in Quadratmeter auslegen. Das heißt, wenn ihr auf dem Boot 6 Meter Kabel verlegt habt, braucht für diese Leitung 6 Quadratkabel. Wir bringen hier 6 Quadrat rein. Sonst eine Ader-Endhülse reduzierte nehmen. Aber wichtig ist, dicke Kabel. Wenn ihr keine dicken Kabel verwendet, dann habt ihr ein Problem damit, dass der Kühlschrank dann nicht sauber läuft. Ihr wisst, ein Kühlschrank braucht drei Sachen. Das eine erzähle ich irgendwann. Das zweite ist, er braucht genügend Luft. Und das dritte ist, er braucht Strom. Weil, wenn der Kühlschrank zu wenig Strom hat, bzw. zu wenig Spannung, schaltet er über den Unterspannungsschutz aus. Wenn dieser Unterspannungsschutz bei 10,5 Volt ausgeht, schaltet er wieder ein. Die Spannung ist wieder da. Und er probiert dann alle 68 Sekunden zu starten. Das hat nichts mit dem Netzgerät zu tun. Das ist einfach bei jedem 12 Volt Kompressorkühlschrank, der einen Unterspannungsschutz hat und zu wenig Leistung kriegt, der braucht in der Regel dicke Kabel. 90% von den Leuten, die hier anrufen, haben zu wenig Strom. Ich mache euch hier ein Video über die beste Kühlbox. Hier mache ich euch einen Standard-Kühlschrank, der sehr viel verbaut ist, einen Wemos 76. Und hier könnt ihr mir wieder mal ein Abo dalassen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.